Ganz in Dörtes Sinne, Edelgard Hansen über neues Projekt nach Serien tut bei Rote Rosen. Es war einer der tragischsten Momente in Rote Rosen. Edelgard Hansen hat derzeit einen Plan, der ihrer Figur sehr gefallen hätte. Kurz nach der Hochzeit verstarb Dorte. Im Januar 2023 brauchten Fans von Rote Rosen Taschentücher. Günther und Dorte sagten ja, aber sie hatten nur kurze Zeit, das gemeinsame Leben als Mann und Frau zu genießen. Kurz bevor sie in die Flitterwochen aufbrachen, legte sich Dorte mit Bauchschmerzen hin und wachte nicht mehr auf. Es war auch ein berührender Moment für die Schauspielerin Edelgard Hansen, die Tränen vergoss, als sie den Text der Schlussszene lernte. Nachdem sie Lüneburg verlassen und die Telenovela verlassen hatte, führten Hansen und andere ein Theaterstück auf. Sie erzählte tvspielfilm.de, dass sie derzeit ein Projekt plant, das ganz im Geiste Dorte steht. Edelgard Hansen reist nach Afrika. Am Montag 2024 ist ein aufregender Start für die Schauspielerin. Am Montag, 15. Januar, wird sie nach Afrika fliegen, um Gemeinden in der Nähe von Mwansa zu besuchen und Kindern in Tansania zu helfen. EIDA unterstützt sie seit vielen Jahren über die Hilfsorganisation Plan International. Außerdem wird die gebürtige Flensburger nach Dar es Salaam reisen, um Afrika kräft zu treffen. Eine Organisation, die sich unter anderem für Nachhaltigkeit und Mädchenbildung einsetzt. Mit ihrem Engagement schlug sie eine Brücke zur Figur der Roten Rose. Dorte Reichert arbeitete als Seelsorgen in einem Krankenhaus. Hansen arbeitete zunächst eine Staffel lang an Rote Rosen. Sie hörte jedem zu und half mit Rat und Tat. Dorte passte gut ins Team und die Resonanz des Publikums sah positiv. Dorte, eine ehemalige Pfarrerin, ist eine werterorientierte Person, was für die Produktionsleitung wichtig war. Ich war ein Jahr dort, die Hälfte der Zeit, sagte Hansen, als wir mit ihr sprachen, als sie ging. Daher wurde ich eingeladen zu bleiben. Als Dorte begleitete sie das Leben von drei sehr unterschiedlichen Kindern. Damit schließt sich für mich der Kreis und selbst wenn ich hätte bleiben können, hätte ich meinen Vertrag nicht weiter verlängert.